Ehrlich, dass es sowas überhaupt noch gibt? Die hier soll aber extrem gruselig sein. Ach, Quatsch. Wisst ihr, wie lange ich hier schon warte? Mindestens eine halbe Stunde. Stimmt schon, hier sollen schon Leute vor Schreck umgefallen sein. Ja. Ach, ist doch Unsinn. So eine Geisterbein ist doch völlig harmlos. Komm, da gehen wir jetzt rein, ja? Nee, ich gehe da bestimmt nicht rein. Und ich auf keinen Fall. Habt ihr etwa Angst davor? Ja. Wirklich? Ja. Also, pass auf. Ihr bleibt hier. Ich gehe rein und beweise euch, dass man vor so einer Geisterbahn überhaupt keine Angst haben muss. So. Einmal Erwachsener. Das ist er. Das ist er. Ja. Der Spezialgast kommt. Der Spezialgast. Der Spezialgast. Der Spezialgast. Guck mal da. Hey, sieht dir echt gut aus. Pass auf, gleich kommt dein Dad schreckensbleich und schweißgebade. Was machen wir?